Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was sagt denn eine Frau Meier überhaupt dazu? Hallo Frau Meier, ich mache jetzt fünf Spulen, neue Kerzen und neue Kabel, dann sollte Ihr Auto wieder laufen, ne? Ja, ja. Ja, wir müssen also noch den Luftmassenmesser erneuern. Das Steuergerät, das hat wohl einen Weg. Das lassen wir jetzt noch prüfen, ne? Frau Meier, gute Nachrichten, das Steuergerät ist in Ordnung. Wir tippen jetzt auf den Nockenwellensensor. Frau Meier, das wird jetzt auf jeden Fall der Kurbelwellensensor sein. Nee, Junge, das geht so nicht mehr. Frau Meier. Och, die sitzt halt ganz locker. Ja, ist klar, die macht bestimmt noch Werbung für uns, so begeistert ist die. Mach die Kiste fertig. Mahlzeit. 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 Keine Lieferung. Und viel Spaß beim Schrauben. Das Einzige, was jetzt noch ist, das ist der Kurbelwellensensor und der ist schon neu. Wenn der jetzt ein schlechtes Signal gibt.